Hallo und herzlich willkommen bei Stoji.TV. Heute unser nächstes Video. So, jetzt werden wir eine Bremsspur machen. Ein kunstvoller Schwung. Boah, scheiße. Bis dann einmal stehen geblieben. Das ist die Wildkugelbahn. Wir wissen es. Auf der Tag können wir die Stiege. Jetzt befinden wir uns auf der Caring Carmichael Road. Jetzt. Schaut sich einmal meinen Rappen. Der ist glatt. Er ist runtergehalten. Wieder beim Parisiener Kirchen. Erneute Kontrolle. Alles ist schön. Spielplatz. Elena. Anita. Schubi. Gara. Aber nichtfach genannt. Facebook-Süchte. Stotterhauer. Und Peti. Peti ist feucht am Boden. Dafür ist Peti verantwortlich. Johnny. Auf vieles Lenker. Wieder Besuch bei Billa. Das will ich jetzt extra noch mal filmen müssen. Weil Bacher, Thomas sein Bruder, ist so daug. Unser Sponsor. So viele Leute. Das war's für heute. Das war's für heute.